Also, wie gesagt, oh yes, 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 das ist gut, guck dir das mal an. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8. Und heute werden wir das nächste Modul an die Creeper-Farm dran packen, beziehungsweise habe ich schon im Stream gemacht, da wird es wieder eine geile Timelapse geben und wir gucken mal, was die Farm jetzt denn so bringt. Das seht ihr jetzt alles in dieser Folge. Falls ihr Neuser mich noch nicht kennt, wie immer, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, weil dann alle weiteren Folgen in der Abo-Box für die Zukunft, dass ihr immer Bescheid bekommt, wenn was abgeht. Würde mich freuen, wenn ihr daran denkt, sofern ihr es noch nicht getan habt. Hilft extremst, ebenso wie das Like für den lieben YouTuber-Algorithmus. Ich wäre auch immer super, super lieb, wenn ihr daran denkt. Danke für Unterstützung, jetzt geht's los mit der Folge und let's go. So Leute, ich muss mal ein kleines bisschen Raketen nachcraften. Wir sind hier ausgegangen. Dafür ist ja unter anderem auch die Creeper-Farm da, dass wir endlich mal eigene Gunpowder-Quelle haben. Ihr seht, meine Raketen sind fast am Ende. Ich habe hier unten ein bisschen Papier mehr rausgeholt und es geht nochmal nach oben. Generell hier auch ganz kurzer Zwischenstand. Ich bin weiter noch am Netherite Beacon Farm. Hier und da gibt es ein bisschen das nächste Video. Also nach diesem wird nochmal ein Netherite Beacon-Video sein. Wie weit bin ich? Wie viel an Netherite habe ich gefarmt in der Zwischenzeit? Ich habe immer mal im Stream ein bisschen was gemacht. Leute, es ist mehr als ihr denkt wahrscheinlich. Kommt heute im nächsten Video. Aber hier oben habe ich noch ein bisschen Gunpowder immer mal drin. Sand auch noch, weil das brauchen wir für das TNT. Und das hier brauchen wir für die Raketen. Let's go. Ich mache mir mal eine gute Portion Tier 1 Raketen, weil ich mit denen die ganze Zeit fliege. Und dann habe ich wieder genug, dass wir auch zu unserer Farm rüber switchen können. Und ich würde eigentlich folgendes mal vorschlagen. Wir fladdern da erstmal rüber. Und ich zeige euch mal, während ich auf dem Flug dorthin bin, die Timelapse von dem, was wir heute im Livestream gebaut haben. Denn da ist ein bisschen was an Progress passiert. Das zweite Modul wurde dran geballert. Und ich dachte, ich zeige es auch beim Schnelldurchgang, weil habt ihr jetzt schon mal gesehen. Ja, hier. Gunpowder auch wieder raus. Und den Rest nur wieder in die Raketenkiste rein. Und dann sind wir echt wieder gut gesettet fürs Erste. Oh, yes. Das kommt wieder in die N-I-Kiste. Und dann würde ich mal sagen, ich fliege los. Film ab für die Timelapse. Let's go. Musik 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 So, und das passt jetzt auch perfekt. Es ist nämlich Nacht oder es wird langsam Nacht. Innen in der Farm habe ich alle Fackeln weggemacht. Und wir sollten jetzt gleich wieder sehen, wie hier drin Mobs spawnen. Zunächst mal, ich habe ein bisschen an die Kommentare geschaut. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, eigentlich müsste da noch viel mehr drin spawnen, auch wegen Packspawning und so. Ja, müsste es. Jemand hat noch geschrieben, es müssen, es muss ein Dach drüber. Also auch hier non-solide Blöcke. Aber habe ich eigentlich, also es muss ein Slapdach werden. Punkt. So, das ist schon richtig, genauso wie es auch geplant ist. Ähm, aber wenn man noch mehr hier an die Seite macht, also ein richtiges Dach drüber zieht, sollte das noch mehr bringen zu Packspawning. Echt? Werde ich dann später mal ausprobieren. Ich finde, es macht jetzt noch keinen Sinn, das Dach oben anzufangen und weiterzuziehen. Weil ich möchte nicht, dass die ganze Zeit hier Mobs spawnen, während ich sie noch baue, die Farm. Hier müssen noch viel mehr Module ran. Noch sieben weitere. Zwei habe ich bisher gebaut. Und ebenfalls, was aufgefallen ist, ihr seht schon, erst mal die erste Creeper-Sonde gefallen. Was aufgefallen ist im Stream, ähm, ich brauche insane Mengen an Holz. Leute, ihr wisst doch, wie ich den Shop leer gekauft habe, ne? Den Holzshop. Das müssen wir gegebenenfalls noch etwas häufiger machen. Also, oh, ich kann noch mal ein bisschen, vielleicht näher nochmal kriechen hier. Ähm, wir müssen das vielleicht häufiger machen. Ja, los, kommt mal hier ein bisschen runter, ihr Creeper. Denn besonders das Spruce-Holz. Ich möchte, wenn die Trapdoors alle aus einer Holzsorte machen, ansonsten wäre es witzlos. Achso, äh, ich sehe nur die ganzen Links-Creeper runter. Da sind zwei gespawnt. Warum spawnen denn rechts keine Creeper? Wann da los? Warum sehe ich die denn nicht? Liegt das daran, dass ihr, wegen, wegen der Entity-Distance oder irgendwie sowas? Also, das sind jetzt, äh, muss eigentlich jetzt die doppelte Geschwindigkeit sein, so. Unten sind dann nochmal zwei gespawnt. Auf dem, im rechten Bereich, da spawnt ja mal gar nichts. Ich habe schon wieder keine Blöcke dabei. Das ist ein bisschen frustrierend. Aber vielleicht kann ich mal ganz kurz mit Sandstein hochbauen. Und mal einen kleinen Check machen. Nein, Obsidian, wo ich mich nenne, zu hoch. Äh, ich habe gedacht, ich stelle mich irgendwie nach hier hinten so, weil das noch so ein bisschen, keine Ahnung. Eigentlich kann man doch hier oben AFK stehen. Da hat auch jemand gesagt, wenn man über der Farm steht, dann spawnt auch weniger. Aber das kann doch nicht sein. Das über der Farm weniger spawnt, das kann nicht sein, Leute. Das glaube ich nicht. Bloß, weil was über der Farm ist, heißt das nicht, dass man langsamer spawnt. Man ist, die, die Mobs spawnen ja trotzdem über, in niedrigem Level. Bloß, weil ich als Spieler höher stehe, beeinflusst das nicht die Spawnrate eigentlich. So, ich baue mich mal hoch. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Kann ich da mal reingucken. Ich habe die ganze Zeit nur, okay, links spawnen. Warum spawnen denn rechts noch keine Creeper? Links spawnen, rechts nicht. Doch. Oh mein Gott, der ist gespawnt und direkt wieder despawn. Habt ihr das gesehen, rechts? Ist gespawnt, läuft. Okay, der ist, der ist rechts gespawnt. Unten auch nochmal rechts gespawnt. Ja, und jetzt tut sich gerade hier nichts. Das ist eigentlich viel, das geht nicht. Die müssten eigentlich kommen. Da ist nochmal einer. Da ist nochmal einer. Okay, Packspawning greift noch nicht. Vielleicht liegt es da an, dass ihr das Dach eben dann oben wirklich komplett rummachen müsst, damit die auch tagsüber laufen. Das ist schon. Oben links, einer gespawnt und instant wieder despawned. Ja. Ihr habt doch in der letzten Folge gesagt, dass das eventuell ein Problem ist. Hier, Farm spawnt nix, Spark shootet auf Erdiboy. Nee, Leute, das ist wirklich eine Server-Einstellung. Folgende Custom-Einstellung haben wir. Mobs können despawnen ab 86 Blöcken entfernen. Oder das ist halt die Reihe, oder das kennt die Reihe, ich würde nur spawnen. 86 Blöcke und die despawn-Range ist auch ungefähr selbiges oder irgendwie sowas in den Dreh eingestellt. Das ist ein bisschen schwammig. Wir haben da auch schon intern diskutiert, was wie wo, dass Farmen davon übelst beiträchtigt werden und so weiter. Und so fort. Das stimmt so. Andere Spieler hatten auch schon das Problem gehabt. Aber wir müssen erst mal gucken, wie das langfristig hier auswirkt. Wir haben tatsächlich andere Server-Einstellungen. Und jemand meinte auch, ich habe hier die, der Pyrameter ist zu klein, weil der nur 200 mal 200 ist. Ja, im Normalfall schon. Aber wir sind hier nicht im Normalfall. Wie gesagt, Mobs, die spawnen ab 86 Blöcken. Ich habe 128 wie Standard. Das wurde drastisch reduziert, um Lag zu reduzieren. Jedenfalls von Erdiboy im Prinzip, ja, meinetwegen können wir das erstmal so belassen. Und was ganz, ganz ekelhaft ist, wenn das oben, wenn ich in, wenn ich sehe, das hat alles funktioniert jetzt. Wenn in der Farm Creeper spawnen und die sofort wieder despawnen, dann kriege ich Anfelder. Weil das sollte nicht sein. Tja, da steht oben, Achtung, Creeper und der läuft weg. Und okay, bye. Da sind diesmal zwei auf einmal gespawnt noch. Trotzdem, die Farm läuft noch zu wenig. Leute, wenn wir das Ding mit Singleplayer bauen, die Creeper, die prasseln auch da schon runter wie sonst was. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Dach noch ein bisschen was ausmachen wird. Und, also erstmal, wenn ich jetzt hier stehe, es kann sein, dass die drüben auch Mobs spawnen können oder so. Wie weit das dann weg ist. Ich habe mich jetzt einfach mal hier platziert. Ich müsste mich mal oben drüber stellen. Warum ist das, warum funktioniert das immer nie, wenn ich oben drüber stehe? Ja. Zumindest, wenn ich seitlich stehe, ist alles fein. Baue ich die ganzen Sachen nochmal ab. Und jetzt machen wir nochmal einen Test, wenn ich oben drauf stehe. Okay, doppelte Geschwindigkeit eventuell. Und wir müssen, oh, wir müssen mal die Nether schauen. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe mal auf mein Cam-Account. Und ich stelle mich jetzt mal hier hin. Und wir schauen mal im Cam-Account, wie die jetzt im Nether runterprasseln. Okay, ich mache hier einen Block über meinen Kopf. Damit keine Phantoms spawnen können im Falle des Falles. Und ich zeige euch mal, wie es im Nether aussieht, im Cam-Account. So, Leute. Zum ersten Mal. Das sieht nicht schlecht aus. Auch wenn ich da oben stehe als Sparky jetzt aktuell. Im Replay-Mod ist weniger gespawnt. Aber hier. Irgendwie leckt das mit der Kamera. Hier sieht es ganz gut aus. Das sieht echt gut aus. Wir schauen mal, wie es aussieht, wenn die jetzt in den Nether reinprasseln. Oha. So, Leute. Darf ich vorstellen. So sieht das hier aus. Die quetschen sich hier oben. Durchs Portal. Ja. Das ist mega, 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 mega cool. Problem ist nur, die Geschwindigkeit ist noch zu laut. Aber die quillen hier oben richtig raus. Ja. Guckt euch mal an, wie viele Creeper durch die Portale ploppen. Und das gerade mal bei zwei Modulen. Ihr könnt euch ver... Also, wie gesagt. Oh, yes. 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 Das ist gut. Guckt euch das mal an. Ähm. Und das ist noch langsam eigentlich. Es sollten eigentlich mehr spawnen. Stellt euch jetzt mal vor, wir haben gerade mal zwei von neun Modulen. Das heißt, wir können die Geschwindigkeit noch vervierfachen. Dass viermal so viel Creeper wie jetzt hier rauskommen. Das ist äußerst, äußerst angenehm. Auch zum Zugucken hier. Oha. Ich glaube nur, also mittlerweile sollte gleich wieder Tag werden. Das Dach ist ja nicht drüber. Dann sollten jetzt auch wenn zu spawnen. Aber das ist schon nice. Hier kommt ein richtig, richtig, richtig saftig Creeper raus. Ähm. Das ist eigentlich schon mehr als eine vollwertige Creeper-Farm. Also, die produziert höchstwahrscheinlich mehr als viele andere Creeper-Farmen, die wir so noch da stehen haben. Weil die halt über ein Meereslevel sind. Und, ähm. Ja. Und da voll hast du dir das Ding übelst. Okay. Ist ein bisschen schön zum Zuschauen. Aber ich glaube jetzt gleich hört es auch auf, weil Tag wird. Ähm. Dann haben wir einmal ganz kurz eine Nacht hier durchgecheckt. Ja, das ist der aktuelle Zwischenstand. Und Leute, in den Livestreams. Schaut mit vorbei. Wir werden die Creeper-Farm weiterbauen. Weitere Module hinstellen. Und wahrscheinlich muss ich noch ein paar meine Holzshop leer kaufen. Weil überall Falltüren zu machen. Ich teleportiere mich wieder zurück zu Sparky. Ähm. Weil überall Falltüren hinzumachen anstrengend, glaube ich. Ja, es ist wieder Tag. So, jetzt spawnen die Tade auf jeden Fall nicht. Äh. Ich habe genug Katzen parat, damit wir alle Module, die Module alle bauen können. Ich habe ein bisschen Fische im Meer gefischt mit der, mit dem Schwert. Hab mir die geholt. Ansonsten alles fein. Aber einfach diese ganzen Holzmassen von unten, das ist, äh, extremst aufwendig ranzuholen. Ja, ähm. Ansonsten Technik funktioniert sehr, sehr gut. Creeper werden sofort wegteleportiert. Alles fein. Freue mich. So, dann heißt das erstmal demnächst, äh, weiterbauen für die Farben hier. Ich halte euch dann auch mal in den nächsten Folgen ein kleines bisschen auf dem Laufenden noch. Und Leute, ihr wisst Bescheid. Falls ihr da nichts verpassen wollt, schaut da mal rein. Ich werde täglich, denke ich mal, immer so einen kleinen Load-Test machen. Auch mal gucken, wie die rausquillen. Auch mal ein bisschen Gunpar oder so farmen. Mich mal ein bisschen auf K anstellt. Mal gucken, was so passiert. Seht ihr alles in den nächsten Folgen oder in den Streams. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es war, da geht es wieder im nächsten Part. Bis dann, lass gachen. Und ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.